Ich will die Bundesliga spielen, wenn ich kann. Was habe ich gelebt? Das gab es niemals. Das geht nicht. Das geht alles. Vor fünf oder vier Jahren habe ich nie gedacht, dass ich hier in Deutschland komme. Wenn du in Deutschland bist, sagst du, dass es ein Traum ist. Aber jetzt bin ich in Deutschland. Ich habe vom Krieg gelebt. Ich bin nicht tot. Ich habe nicht gestorben im Krieg. Dann ist alles möglich. Ich bin nicht tot. 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 Ich bin 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 tot. Aussehen, aussehen! 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 Aussehen, aussehen!